Zu meinen Tätigkeiten kann ich sicher rüsten, Posten vorbereiten, Miso-Place sollte immer durch sein für den nächsten Tag, zwischendurch auch mal putzen und eigentlich immer in Ordnung halten. An unserem Arbeitsplatz ist es wichtig, die Hygiene einzuhalten, wie auch die Arbeitssicherheit und Zeitmanagement. Ich habe bei der Stiftung APH Binniger angefangen, weil ich früher schon gerne gekocht habe und habe ein großes Interesse am Kochen. Beim Schnubbern hat mir das Team sehr gut gefallen und umgebiger. Durch das, dass ich viel mit meinen Freunden gekocht habe, hat es mich dazu bewegt, einen Kochen anzufangen. Die Eigenschaften, die ich in der Lehre mitgebracht habe, sind Verantwortung. Ich esse gerne, dadurch kann ich gut abschmecken, Ordnung und Teamfähigkeit. In der Stiftung Alles- und Pflegeheim Binniger wird ich sehr gut auf die Abschlussprüfung vorbereitet, wie auch auf die notfolgende Arbeitswelt. Nach der Lehre würde ich gerne weitere Erfahrungen sammeln und dann das Ziel anstreben, Diätkoch zu werden. Die Schweizer Kochwesbildung ermöglicht mir auf die ganze Welt zu schaffen. Löcherrain 5 Die Die